Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass das Trinken von Natron, auch bekannt als Natrium-Bikarbonat, in deinem Wasser Nierensteine verhindern, Sodbrennen und Verdauungsstörungen heilen, deine Mundgesundheit verbessern und sogar tödliche Krankheiten wie Krebs abwehren kann, das behaupten zumindest viele Webseiten. Hast du gehört, dass das Trinken von Natronwasser gesundheitliche Vorteile hat? Warum hat Natron solche starken Effekte auf unsere Zellen? Ist es wahr, dass Natronwasser Krankheiten heilen kann? In diesem Video werde ich alle wesentlichen Informationen über dieses einfache Gemisch aus Natron und Wasser behandeln, einschließlich der Zutaten, tatsächlichen gesundheitlichen Vorteile und ob es tatsächlich all die behaupteten Vorteile hat. Ich werde dir auch zeigen, wie man es richtig zubereitet und was man vermeiden sollte. Bitte denke daran, den Gefällt-mir-Button zu nutzen, den Kanal zu abonnieren und dies an deine Freunde und Familie weiterzuleiten, bevor wir beginnen. Hast du oder jemand in deiner Familie diese Kombination schon einmal zu medizinischen Zwecken verwendet? Aus welcher Region der Welt kommst du? Kommentiere unten. Eine Packung Natron wird meist in der Küche oder im Kühlschrank aufbewahrt. Es ist eines dieser alltäglichen Dinge, die wir alle besitzen, aber selten beachtet werden. Vielleicht unterschätzen wir dieses preiswerte weiße Pulver. Überraschenderweise hat dieses Gemisch so wunderbare Ergebnisse, dass einige Ärzte es wirklich gerne verwenden und empfehlen. Hier sind acht mögliche gesundheitliche Vorteile des Trinkens von Natronwasser. 1. Es kann Verdauungsstörungen und Sodbrennen lindern. Wahrscheinlich ist dies die bekannteste Anwendung von Natronwasser. Du weißt, wie schlimm Sodbrennen sein kann, wenn du es schon einmal hattest. Es kann schwierig sein, einzuschlafen oder sich auf etwas anderes zu konzentrieren, wenn du ein brennendes Gefühl im Hals und in der Brust hast. Wenn du Natron trinkst, wird die Säure in deinem Magen neutralisiert, was wie ein Antazidum wirkt. Es produziert ungefährliche Nebenprodukte wie Kohlendioxid und Wasser, wenn es sich mit der Salzsäure in deinem Magen verbindet. Das könnte die Symptome von Sodbrennen schnell lindern, indem es die Säure in deinem Magen reduziert. Es ist wichtig zu beachten, dass Natronwasser zwar Sodbrennen schnell lindern kann, es jedoch keine langfristige Lösung für chronisches Sodbrennen ist. Wenn du es häufig benötigst, solltest du andere Behandlungsmöglichkeiten und zugrunde liegende Probleme mit einem Arzt besprechen. Für gelegentliches Sodbrennen ist es jedoch eine kostengünstige und praktische Behandlung. Nierensteine sind eine medizinische Bedingung, die unbedeutend erscheint, bis du sie selbst bekommst. Dann verstehst du, wie unerträglich sie sein können. Wenn du schon einmal Nierensteine hattest, möchtest du sicherlich alles tun, um sie nicht wieder zu bekommen. Es stellt sich heraus, dass Natronwasser dabei nützlich sein könnte. Calciumoxalatsteine sind die häufigste Art von Nierensteinen, die entstehen, wenn bestimmte Chemikalien in deinem Urin beginnen zu kristallisieren. Durch die Reduzierung der Säure in deinem Urin kann das Trinken von Natronwasser helfen, diese Steine zu verhindern. Einige Studien deuten darauf hin, dass die Einnahme von Natronpräparaten die Nierenfunktion verbessern und das Fortschreiten chronischer Nierenerkrankungen verlangsamen kann, obwohl weitere Forschung auf diesem Gebiet erforderlich ist. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, Nierensteine zu vermeiden. Die Reduzierung der Salzaufnahme, eine geringere Menge an tierischem Eiweiß und ausreichend Flüssigkeitszufuhr können ebenfalls hilfreich sein. Dennoch könnte die Einbeziehung von Natronwasser in deine Routine zusätzlichen Schutz bieten. 3. Es könnte deine sportliche Leistung verbessern Es mag dich überraschen, dass viele Athleten Natron nutzen, um ihre Leistung zu steigern. Dies hat einige faszinierende wissenschaftliche Grundlagen. Wenn du intensiv trainierst, sammeln sich Laktatsäuren in deinen Muskeln an. Dies ist die Ursache für das brennende Gefühl, das du beim Anstrengen empfindest. Es erhöht auch die Säure in deinen Muskeln, was ihre Ausdauer verringern kann. Da Natron alkalisch ist, kann es helfen, diese Säure auszugleichen, indem es die Alkalinität deines Blutes leicht erhöht. Deine Muskeln können mehr Kraft über einen längeren Zeitraum aufbringen, bevor sie ermüden. Aufgrund seines hohen pH-Werts kann Natron dazu beitragen, dass du weniger ermüdet bist und somit etwas länger auf höchstem Niveau performen kannst. Eine Studie zeigte, dass Radfahrer, die Natron konsumierten, im Vergleich zur Kontrollgruppe vier Minuten länger trainierten. In mehreren Studien wurde gezeigt, dass Natron vor intensiver körperlicher Belastung die Leistung verbessern kann. Eine im Journal of the International Society of Sports Nutrition veröffentlichte Studie fand heraus, dass die Einnahme von Natrium-Bikarbonat in Mengen von 0,2 bis 0,5 Gramm pro Kilogramm die Leistung bei Aktivitäten, die Muskelausdauer erfordern, insbesondere bei Hochleistungssportarten, verbessern kann. Dazu gehören intensives Radfahren, Joggen, Schwimmen und Rudern sowie verschiedene Kampfsportarten wie Boxen, Judo, Karate, Taekwondo und Ringen. Es ist besonders vorteilhaft bei intensiven Workouts, die zwischen 30 Sekunden und 12 Minuten dauern. 4. Es könnte das Fortschreiten von chronischen Nierenerkrankungen verlangsamen. Wenn du an chronischer Nierenerkrankung leidest, verlieren deine Nieren im Laufe der Zeit kontinuierlich ihre Funktion, was eine ernsthafte Erkrankung darstellt. Millionen von Menschen sind davon betroffen und Nierenversagen kann letztendlich die Folge sein. Es gibt einige Hinweise darauf, dass die Verwendung von Natron dabei helfen könnte, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. Das pH-Gleichgewicht deines Körpers ist entscheidend von deinen Nieren abhängig. Wenn die Nierenfunktion abnimmt, wird es schwieriger für deinen Körper, dieses Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, was zu einer metabolischen Azidose führen kann. Natron hilft, diese Säure zu neutralisieren und verringert so die Belastung der Nieren. Einer Studie zufolge sahen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung, die Natron-Einnahmen, eine signifikant langsamere Verschlechterung der Nierenfunktion im Vergleich zu denen, die dies nicht taten. Es ist wichtig zu beachten, dass Nierenerkrankungen niemals allein behandelt werden sollten. Wenn du unter dieser Erkrankung leidest, könnte es jedoch sinnvoll sein, die Verwendung von Natron in deinem Behandlungsplan mit deinem Arzt zu besprechen. 5. Es könnte bei einigen Krebsbehandlungen von Nutzen sein. Denkst du nicht, dass dich das am meisten überraschen könnte? Tatsächlich könnte Natron die Wirksamkeit einiger Krebsbehandlungen erhöhen. Viele Krebsarten gedeihen in sauren Bedingungen. Das Reduzieren der Säure um Tumoren herum könnte laut einigen Studien beim Kampf gegen Krebs helfen. Da Natron alkalisch ist, kann es dabei unterstützen. Eine 2009 im Cancer Research veröffentlichte Studie zeigte, dass die Injektion von Bikarbonat bei Mäusen den pH-Wert der Tumoren senkte und das Wachstum von metastasierendem Brustkrebs verlangsamte. Eine 2009 durchgeführte Studie, veröffentlicht im Journal of Experimental and Clinical Cancer Research, fand heraus, dass hohe Dosen Natron die Wirksamkeit der Chemotherapie bei Patienten mit metastasierendem Brustkrebs erheblich steigerten. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies nicht bedeutet, dass Natronkrebs heilt. Das tut es nicht. Diese Forschung deutet darauf hin, dass Natron ein hilfreiches Ergänzungsmittel für einige Krebsbehandlungsansätze sein könnte, aber du solltest niemals versuchen, Krebs allein zu behandeln. Es könnte etwas sein, das du mit deinem Arzt besprechen solltest, wenn du eine Krebsbehandlung erhältst. 6. Ihre Mundgesundheit könnte davon profitieren Aufgrund des weitverbreiteten Glaubens, dass Natron die Zähne von außen reinigt, ist es häufig in Zahnpasten enthalten. Allerdings kann auch das Trinken von Natronwasser ihre Zähne von innen her unterstützen. In ihrem Mund leben zahlreiche Arten von Bakterien. Während einige davon harmlos sind, haben andere das Potenzial, Zahnfleischerkrankungen und Karies zu verursachen. Viele dieser schädlichen Bakterien bevorzugen saure Umgebungen als ihren Lebensraum. Das Trinken von Natronwasser hilft, die Säuren in ihrem Mund zu neutralisieren, wodurch die Umgebung weniger förderlich für das Wachstum schädlicher Bakterien wird. Zudem kann es helfen, die Säuren aus Lebensmitteln zu neutralisieren, die im Laufe der Zeit den Zahnschmelz schädigen können. Einer Studie zufolge reduzierte das Spülen mit einer Natronlösung Plagg effektiver als das Spülen mit normalem Wasser. Diese Studie deutet darauf hin, dass Natron die Zahngesundheit verbessern kann, obwohl sie sich auf das Spülen und nicht auf das Trinken konzentrierte. Eine wirksame Methode zur Bekämpfung von schlechtem Atem ist das Spülen des Mundes mit einer Lösung aus Wasser und Natron. Natron enthält antibakterielle Eigenschaften, die dazu beitragen, die Menge an Bakterien in ihrem Mund zu reduzieren und die Säuren zu neutralisieren, die unangenehme Gerüche verursachen können. Obwohl dies ein hilfreicher zusätzlicher Schritt für Menschen mit schlechtem Atem ist, sollten Zähneputzen und Zahnseide weiterhin ergänzend durchgeführt werden. 7. Es kann bei bestimmten Hauterkrankungen hilfreich sein Natron kann aufgrund seiner antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften bei der Behandlung verschiedener Hauterkrankungen hilfreich sein. Einige Menschen stellen fest, dass Natron ihre Symptome von Psoriasis, Eczem und Akne lindert. Zum Beispiel kann das Auftragen einer Paste aus Natron die Schwellung und den Schmerz von Insektenstichen reduzieren. Es wird häufig empfohlen, ein Natronbad zu nehmen, um den Juckreiz durch Insektenstiche oder Bisse zu lindern. Auch Hautreizungen durch Sonnenbrand können durch Natron gelindert werden. Einige glauben, dass es noch besser wirkt, wenn es mit Zutaten wie Haferflocken und Maisstärke kombiniert wird. Stellen Sie sicher, dass der betroffene Bereich nach dem Auflösen von 1 bis 2 Tassen, 220 bis 440 Gramm, Natron in einem lauwarmen Bad vollständig eingeweicht wird. Zudem kann das Peelen abgestorbener Hautzellen mit Natron dazu beitragen, die Hauttextur zu verbessern. Natürlich hat jeder Mensch einen einzigartigen Hauttyp. Daher kann das, was bei einem funktioniert, bei einem anderen möglicherweise nicht geeignet sein. Es ist ratsam, einen Dermatologen zu konsultieren, wenn sie eine Hauterkrankung haben, bevor sie neue Behandlungen ausprobieren. 8. Es könnte bei Müdigkeit und Muskelverspannungen nach dem Sport helfen Erinnern Sie sich an unsere Diskussion über die mögliche Fähigkeit von Natron, die sportliche Leistung zu verbessern? Vielleicht können Sie sich auch schneller von sportlicher Betätigung erholen, wenn Sie dies tun. Ihre Muskeln können bei intensiver Aktivität Milchsäure ansammeln. Das ist es, was dieses brennende Gefühl beim Training verursacht und auch Ihre Muskeln danach schmerzen lassen kann. Durch die Neutralisierung dieser Milchsäure kann das Trinken von Natronwasser vor oder nach dem Training dazu beitragen, sich schneller von Ihrem Workout zu erholen und weniger Muskelverspannungen und Müdigkeit zu erleben. Einer Studie zufolge berichteten diejenigen, die vor einem intensiven Training Natron eingenommen hatten, von weniger Muskelverspannungen danach. So stellen Sie die Lösung aus Natronwasser her. Beginnen Sie damit, 200 ml warmes oder zimmerwarmes Wasser mit einem halben Teelöffel Natron zu vermischen. Rühren Sie gründlich, bis das Natron vollständig aufgelöst ist. Trinken Sie die Lösung langsam. Es ist ideal, die Lösung auf nüchternen Magen bei Sodbrennen oder Verdauungsproblemen zu trinken. Vermeidungshinweise Es ist ratsam, bei hohem Blutdruck weniger Natron zu verwenden. Menschen mit Nierenversagen sollten Natron vermeiden. Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie Natron verwenden, wenn Sie Herzprobleme wie kongestive Herzinsuffizienz haben. Denken Sie daran, dass einige Medikamente wie Antazider und bestimmte Antibiotika mit Natron interagieren können. Holen Sie sich immer medizinischen Rat, bevor Sie Natron in Ihre tägliche Routine aufnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017